Überschätzt Unmengen Kaffee vor dem Rockkonzert Die Freunde Corinna und Kenneth können den Einlass in den Musikclub nicht erwarten. Jedoch aus deutlich unterschiedlichen Gründen. Sie freut sich auf ihre Lieblingsband, Kenneth hingegen muss ultra dringend pinkeln. Sie stehen inmitten anderer Fans endlos lange an, bis sich auch Corinnas Blase bemerkbar macht. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage